Und auf geht's zum nächsten Level. Schade, ich kann mich in keinen Tintenfisch verwandeln. Grüße, Seevögel. Oh, die kann ich auch nicht einsaugen. Okay. Oh. Das war nicht gut. Wow. Aber leider geht's nur einmal. Das hätte ich jetzt gebraucht. Nein, nein, nein. Ja. Minus 100. Die Möwe nehmen wir mit. So, die ist mal vielleicht Starnet eingeklemmt. Das zieht ja so viel Energie ab. Die Möwe nehmen wir auch. Die Möwe nehmen wir mit. Die Möwe nehmen wir mit. Die Möwe nehmen wir mit bis zum Jochen. Das ist alles für so einen komischen Kerl. Oh, den kann ich auch nicht einsaugen. Den kann ich einsaugen. Was bringt der? Den Maulwurf. Er bleibt doch hier. Jetzt. Okay. So, dann fliegen wir mal da rüber. Dann, ich möchte auch, natürlich, einfach durchklagen. Die Höhe ändern. A hoch, B runter. Nein, das ist egal, wie. Nein, das ist egal, wie. Hier fehlen noch zwei Splitter. Oh nein! Hier da noch. Hier da noch. Hier da noch. Hier da noch eine große Menge. Das ist wieder der Anfang. 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 Die Vögel habe ich natürlich auch vergessen. Das ist wieder der Anfang. Das ist wieder der Anfang.